Radio Klartext Nachrichten Die Sanierung maroder Infrastruktur in Deutschland geht nicht voran. Das geht aus einem Bericht des Redaktionsnetzwerkes Deutschland hervor. Demnach wurden bei der jüngsten Zustandserfassung 2021-2022 insgesamt weit über 7000 km Autobahn als sanierungsbedürftig eingestuft, eine Zunahme von rund 2000 km im Vergleich zu den Vorjahren. Eine ähnliche Entwicklung gab es im deutschen Schienennetz. Demnach stieg die Zahl der Bahnbrücken, die durch einen Neubau ersetzt werden müssen, von etwa 1.000 auf fast 1.200 Brücken an. Der Umfang der dringend zu sanierenden Bahnstrecken wuchs von rund 17.500 auf 17.600 km. Die AfD ist die am stärksten von politisch motivierten Gewaltdelikten betroffene Partei. Allein im vergangenen Jahr wurden deren Vertreter 86-mal körperlich attackiert. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung Anfang dieses Jahres hervor. In die Kategorie Gewaltdelikte fallen schwere Straftaten wie zum Beispiel Mord, Körperverletzung, Brandstiftung, Freiheitsberaubung und Landfriedensbruch. Grünen Mitglieder waren 62-mal von Gewaltdelikten betroffen, Vertreter der SPD 35-mal. Erst am vergangenen Wochenende überfielen Linksextremisten in Koblenz einen Wahlkämpfer auf dem Weg zur Toilette und verprügelten ihn. Der AfD-Politiker erlitt einen Nasenbeinbruch. Die FDP soll einem langjährigen Parteimitarbeiter eine hohe Beamtenstelle im Bundesverkehrsministerium verschafft haben, obwohl dieser nach wie vor überwiegend in der Parteizentrale tätig ist. Die FDP wolle die Affäre nun vertuschen. Nach Bildrecherchen arbeitet der Politiker allerdings noch immer hauptsächlich in der Parteizentrale, obwohl er als Beamter im Ministerium von Steuergeldern bezahlt wird. In Russland ist laut US-Medienberichten ein amerikanischer Soldat festgenommen worden. Der Soldat sei in Südkorea stationiert gewesen und habe sich auf eigene Faust nach Russland begeben, berichten unter anderem die Sender NBC News, CNN und ABC unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Laut den Medienberichten wird ihm in Russland Diebstahl vorgeworfen. Eine direkte Bestätigung vom Weißen Haus gibt es bisher nicht zu diesem Fall. Zwischen 2014 und 2023 hat sich die Zahl tatverdächtiger Schüler unter 14 Jahren in Bayern beinahe verdoppelt, bei einem Ausländeranteil von 36 Prozent. Als Reaktion fordert die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters auf 12 Jahre und die konsequente Anwendung des Erwachsenenstrafrechts ab 18 Jahren. Im Bereich schwerer Gewaltkriminalität war seit 2014 die Anzahl tatverdächtiger bayerischer Schüler unter 14 Jahren von 237 auf 566 im Jahr 2023 angestiegen. Am stärksten sind Jugendliche syrischer, rumänischer und irakischer Nationalität darunter vertreten. Frankreich hat offenbar seine ersten Truppen in die Ukraine entsandt. Bei den französischen Soldaten soll es sich um das dritte französische Infanterie-Regiment handeln, eines der wichtigsten Elemente der Fremdenlegion. Die französischen Truppen sollen zur Unterstützung der ukrainischen 54. Brigade in Slavyansk entsandt worden sein. Der ehemalige stellvertretende US-Verteidigungsminister Bryan bestätigte die russischen Berichte in einem Artikel der Asia Times. Die französischen Behörden haben sich bisher nicht geäußert. Das Wetter. Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise fällt Regen. Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad. In der Nacht abklingende Schauer. Abkühlung auf 10 bis 5 Grad. Und nun weiter mit der besten Musik aus dem Elbtal auf Radio Klartext. Und nun weiter mit der Asianischen Prozesse. Du bist noch einiger